Also, was mich überrascht hat, dass viele kleine, ganz, ganz, ganz kleine Sachen bringen so viel aus. Zum Beispiel mit den Zehen nur ein bisschen anders umdrehen und dann war so ein großer Erfolg mit denen. Und was mich auch noch so gut für mich getan hat, dass die Bewohner, bei denen wir das ausgeübt haben, waren sehr zufrieden, waren so freundlich und sie das gemacht haben und dann so viel Freude haben sie gehabt und haben sie auch aus uns geholt. Das war ganz gut. Das wollte ich sagen. Danke.